Ihr habt die Schnauze davon voll, dass jedes Mal, wenn ihr euren PC anschaltet, dass ihr weitere Geräte anschalten müsst, wie beispielsweise ein Lautsprecher, von mir aus ein Mischpult oder sonstige Geräte, die irgendwie mit Strom gesteuert werden. Das hört dann jetzt hier mit auf. Wir gucken uns das an. Alles, was wir dazu brauchen, befindet sich bereits in Home Assistant. Dazu benötigen wir nichts aus dem Community Store, sondern können direkt loslegen. Und zwar ist das Erste, was wir wissen müssen, die IP von unserem Computer. Das heißt, im Idealfall sollte unser Computer immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen bekommen und damit statisch sein. Das könnt ihr einfach in eurem Router, wie beispielsweise einer Fritzbox, einsehen und dann auch konfigurieren. Wenn ihr das getan habt, dann öffnet ihr die Integration und klickt hier unten einfach auf Integration hinzufügen und sucht dann nach Ping, Ping ICPM MP Multiplayer. So, dann klicken wir einfach hier drauf und nun sehen wir, dass man damit die Verfügbarkeit eines Hosts prüfen kann. Genau das ist nämlich der Punkt. Wir können unseren Computer von Home Assistant, von unserem Server aus anpingen und sagen, hey, bist du da? Wenn wir den nämlich anpingen, dann sollte er uns etwas zurückliefern und wenn er uns etwas zurückliefert, bedeutet das, okay, der ist gerade aktiv. Wenn er ausgeschaltet ist, wird er auch nichts zurückliefern. In meinem Fall wäre das dann jetzt die 192, 186, 188, Entschuldigung, 178 und dann noch die 49 hinten dran und das wäre es. Wenn ich jetzt natürlich absenden mache, wird mir gesagt, bereits konfiguriert, weil ich das ja schon im Einsatz habe. Wir können das dann hier drunter finden und haben dann mehrere Einträge. Bei mir habe ich den Eintrag jetzt so genannt, dass er einfach PC aktiv heißt. Komplett einfach gehalten, weil ich nur einen Computer am Laufen habe. Es geht hier jetzt erstmal um einen Windows-PC, wie vielleicht die meisten, aber ich glaube, es ist auch kein Problem, beziehungsweise ich glaube nicht, ich weiß, es ist kein Problem, das gleiche auch unter Mac durchzuführen oder auch mit einem Linux-PC, unabhängig davon. Wenn wir jetzt hier nochmal auf Konfigurieren klicken, dann können wir auch gerade den Host sehen, den ich angelegt habe. Dann die Standardzeit ist die Ping-Anzahl von 5. Ich glaube, als Zuhause-Betrachten-Intervall ist sonst 120 Sekunden, bis eben gesagt wird, dass ein Gerät eben nicht mehr zu Hause oder zu Hause markiert ist. Aber es ist irrelevant, das könnt ihr eigentlich so lassen, weil wenn ihr es nicht extrem genau haben möchtet, dass ich alles mit anschalte, das heißt, wenn ihr es zum Beispiel einseht, dass es eine Minute Verzögerung hat, schwamm drüber. Schauen wir uns jetzt nochmal die Entitäten hier an, dann sehen wir, wir haben einmal den Binary-Sensor für PC aktiv und den Device-Tracker, der standardmäßig deaktiviert ist. Den kann man einschalten, wenn man das möchte, man braucht den aber hierfür nicht. Wenn wir uns dann mal den Verlauf angucken, sehen wir auch schon, okay, hier war mein Computer an, dann hier war er wieder aus, dann war er mal kurz an und nochmal kurz an und nochmal seitdem an. Eine Einstellung, die ihr eventuell treffen müsst, ist in der Windows-Firewall. Und zwar ist das die Zeile Datei- und Druckerfreigabe, Echo-Anforderung, ICMP-V4 eingehend. Wie wir auch gesehen haben mit ICMP-V4 ist, dass wir das anpingen können. Hier müssen wir das dann, die Regel, die standardmäßig deaktiviert ist, auf aktiviert stellen. Genau, ihr könnt dann noch natürlich hingehen und sagen, wir möchten nur, dass eine Sekunde, dass das von der und der IP-Adresse möglich ist. Mein Server hat die IP-Adresse, die so lautet und könnte dann sagen, bitte nur für diese IP-Adresse erlauben oder halt für wirklich jede lokale Adresse. Bei mir ist es mir eigentlich egal, weil ich lasse sonst niemanden in das Netz hier rein, dafür hat man Gäste-WLAN etc. Und dann, wer glaubt, wer macht schon Probleme von seinen eigenen Gästen, aber auf jeden Fall könnt ihr es damit nochmal absichern. Könnte ich jetzt auch hier übernehmen, will ich nicht und dann seid ihr fertig. Okay, dann muss man natürlich auch wieder beliebige stellen und you're good to go. Damit das Ganze aber nicht immer unmittelbar direkt passiert, sondern wirklich erst nach einer kurzen Zeit, beispielsweise ihr macht einen Neustart und ihr wollt ja nicht, dass direkt alle Geräte wieder ausgeschaltet werden, werden wir jetzt hingehen und in der Konfiguration noch einen Sensor erstellen. Bei mir habe ich einmal die Configuration aufgesplittet, das heißt, wir sehen hier ganz normale Configuration YAML von Home Assistant, nur dass ich halt wirklich gesagt habe, okay, wenn es ein Switch ist, habe ich eine Switch-Datei, wenn es eine Notify ist, dann Notify, YAML etc. pp., weil sonst wird es einfach zu unübersichtlich und ich kann euch das eigentlich auch nur empfehlen, wenn ihr mehrere Geräte habt oder wenn ihr, ich sag mal, viel Customizing machen wollt und dann einfach über die Zeit es immer mehr wird. Vielleicht am Anfang nicht, aber irgendwann denkt ihr auch, boah, nee, jetzt ist die Datei überladen. Und so können wir jetzt hier in unsere Binary-Sensor YAML gehen und sehen, ich habe hier nochmal einen Sensor erstellt, der dann PC anheißt, wir haben so ähnlich wie der andere PC aktiv, wo wir auch uns das zu Nutzen machen, nämlich sagen hier, Value-Template nutzen wir von States Binary-Sensor PC aktiv, wir nutzen eigentlich, am Ende des Tages ist das quasi wie ein Copy-Paste von dem Wert, nur, dass wir hier jetzt der wichtige Punkt ist, sagen, Delay-Off. Das heißt, das geht nicht sofort aus, sondern dauert einfach. Der guckt halt nur alle fünf Minuten oder so und schaltet wirklich erst dann aus oder wird halt erst dann dem Sensor sagen, der hier erstellt wird, okay, achte bitte erst dann darauf. Also fünf Minuten sind vergangen, check bitte, wenn es dann aus ist, dann passt das so. Und so kann man dann halt verhindern, dass das nicht passiert, dass wenn man gerade neu startet, etc., direkt der Lautsprecher oder das Mischpult oder was auch immer ihr da mit automatisiert habt, ausgrenzt wird oder, was soll ich sagen, eher abgeschaltet wird. Wenn wir uns das dann nett anzeigen lassen wollen, können wir das beispielsweise in so einer Smartphone-Übersicht, wie ich das hier habe, dann sehen wir nämlich hier, Geräte ist der PC, der ist jetzt gerade auf grün und genauso ist jetzt grün hier bei mir noch der Lautsprecher. Könnt ihr jetzt hier meine typischen Sachen an-, aus- oder Sleep-Modus noch setzen, aber das ist hierfür irrelevant. Falls euch das natürlich interessiert, kann ich dazu auch gerne ein Video machen, dann schreibt es nur gerne in die Kommentare. Genau, die Möglichkeit, das hier zu machen, ist relativ easy. Ich kann das gerne mal mitzeigen. Wir gehen hier auf meine Konfiguration und sehen, ich gucke einfach auf die Entity Binary Sensor PC an und sage dann über die Card-Mod, vielleicht kennt ihr der eine oder andere auch aus dem Home Assistant Community Store, färbt das bitte ein, wenn das on ist, dann mach es bitte grün, ansonsten machst du es bitte rot. Ist halt nett, dann sieht man direkt PC an, PC aus. Auch für andere PCs, vielleicht wenn euer Kind den PC laufen hat, etc., und ihr wollt das wissen, dann könnt ihr das auch so machen. Klar, man muss nicht den Überwachungsstaat raushängen lassen, aber vielleicht einfach aus anderen Gründen. Und dann kommen wir natürlich zum letzten Punkt, der natürlich sehr wichtig auch für euch ist, weil so schalten sich ja noch keine Geräte mit an oder aus, das was ja elementar hierfür ist, was wir ja machen wollen. Dann können wir einfach schauen, ist der PC an und wenn er von an zu aus wechselt oder genau das Gegenteil, er wechselt von aus zu an, dann bitte soll eine Automatisierung ausgelöst werden, die dann relativ simpel ist. Das kommt jetzt natürlich darauf an, was ihr machen möchtet. Ihr müsst natürlich auch irgendwie ein Element haben, was in eurem Smart Home Kreis zu Hause ist, dass ihr das auch steuern könnt, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und dementsprechend schaue ich dann, okay, bitte guck wirklich, dass PC an gleich an ist, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Name, kann man auch besser machen. Und dann sagen bei mir jetzt in dem Fall, bitte schaltet das Gerät Lautsprecher ein, weil ich habe hier so eine 2 in 1 Anlage einfach, womit ich Musik höre oder überhaupt Ton habe und dann möchte ich gerne, dass die angeschaltet wird und habe keine Lust, hier unter den Schreibtisch zu klettern und jedes Mal diesen Kippschalter da hinten zu drücken, um mir gefühlt meinen Rücken auszurenken. Nur deshalb. Und genauso soll es aber auch nicht immer einfach an sein und unnötig Strom verbrauchen. Da sind wir wieder beim Thema Stromverbrauch und Effizienz. Und wenn es halt eben nicht so ist, dass bestätigt wird, dass der PC jetzt an ist, dann machen wir einfach das Gegenteil, um es wieder auszuschalten. Das ist ganz easy. Das könnt ihr mit allem machen, was ihr euch nur vorstellen könnt. Natürlich vollkommen egal. Ihr könnt damit auch die nächste Automatisierung triggern. Ihr könnt dadurch sagen, bitte lass irgendein Skript laufen, ein Backup-Skript oder so. Vollkommen egal. Und damit hättet ihr es eigentlich auch schon erledigt. So könnt ihr durch einfaches Ping eures PCs herausfinden, ob er an ist und dementsprechend Automatisierung triggern, wie beispielsweise das Anschalten von einem Lautsprecher oder halt eben auch das Abschalten, um Energie zu sparen oder um sonstigen Komfort zu erreichen. Schnelle, einfache Sache, aber sehr cool, wie ich finde. Und falls euch noch interessiert, was man sonst so machen kann, beispielsweise jetzt eben hier PC anschalten, ausschalten, Wake-on-Lane-mäßig oder halt in Sleep-Modus setzen oder auch noch ganz andere Sachen, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und ich könnte dazu auch noch ein Video machen. Dazu nutze ich das Tool Unified Remote, das sehr viele Möglichkeiten bietet, seinen PC in irgendeiner Weise noch zu steuern und das dann eben auch über Home Assistant. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020